wow so viele sega megadrive spiele ja hallo herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist der game collector und zu einem weiteren neuen video von mir ja diesmal möchte ich euch meine gesamte sega megadrive gaming sammlung vorstellen das video bin ich ja noch schuldig ich habe ja vor kurzen oder sagen wir mal vor einigen wochen sega megadrive 1 und 2 die konsolen vorgestellt und natürlich brauchen wir jetzt die spiele dazu und die werde ich euch jetzt hier einzeln in diesem video vorstellen also wundert euch nicht das video wird etwas länger dauern ihr könnt schon sehen es ist ein großer karton wo viele spiele drin sind und ja es wird ein bisschen dauern aber egal ihr wollt es ja sehen also ich wünsche euch jetzt viel spaß mit diesem video so ausgepackt sind sie schön auf den tisch sind sie aufgereiht insgesamt sind es übrigens 47 sega megadrive spiele kassetten oder spiele module wie man auch dazu sagt aber wir tun uns jetzt nicht lange mit herum plappern aufhalten sondern wir fangen direkt an ich würde sagen wir fangen hier von der seite ja und arbeiten uns dann nach oben bis nach rechts arbeiten wir uns hoch also fangen wir mit dem ersten an und zwar jurassic park gab es ja auch eine skurrile werbung dazu das dino mäßige videospiel so in der werbung habe ich damals bei ebay ersteigert von einem sammler der auch seine megadrive sammlung aufgelöst hat es ist ein gänzlich anderer unterschied es gibt ja auch noch eine version vom super nintendo wo man dann eher die draufsicht sieht hier ist es dann mehr so jump and run könnte man sagen ich hoffe ihr könnt es einigermaßen gut erkennen das modul befindet sich in einem absoluten top zustand so schaut das ganze aus ich zeige es euch jetzt dann immer wieder von innen damit ihr es mal gesehen habt hin und wieder werde ich euch natürlich auch die module natürlich zeigen spiel kann ich jeden empfehlen macht verdammt viel spaß ich habe es ehrlich gesagt kurz angespielt dann geht es weiter mit ebenfalls einem richtig tollen spiel und zwar dem ersten disney spiel disney's aladdin ebenfalls ist es komplett anders gemacht als wie das vom super nintendo obwohl ich das vom super nintendo ehrlich gesagt auch richtig klasse finde habe ich damals auch gesuchtet auf dem super nintendo vom kumpel immer gespielt da bin ich leider immer an der wunderhöhle gescheitert wo man da mit dem teppich rausfliegen muss das hat mein kumpel besser hingebracht als ich hier ebenfalls in einem bomben zustand und können wir gerne mal das modul heraus nehmen gesagt schaut immer noch top aus ebenfalls von einem sammler also wie gesagt schaut aus wie neu preis ist mittlerweile bei dem spiel ja ich weiß es gar nicht wo der preis aktuell liegt gut hier hat jemand versucht seinen kugelschreiber zu testen das hasse ich immer immer so selbstversuche gemacht werden aber naja also wie gesagt zum preis kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen was es aktuell kostet da müsste ich mal bei ebay nachgucken nochmal schauen wo da der preis mittlerweile liegt so dann geht es weiter zu einem konami spiel tinytoon adventures busters heiden trezorier oder trezuer ja mein englisch ist richtig katastrophal ich glaube tesoras oder wie man es genauer ausspricht könnte mich gerne bestätigen ebenfalls tolles jump and run spiel muss ein bisschen seitlich halten weil es spiegelt genau könnt ihr es besser sehen ebenfalls mal bei ebay gekauft preis weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr das tolle ist wir haben hier schon ein bisschen werbung haben wir noch mit bei können wir uns gerne mal angucken also wir haben natürlich dann noch mehrere spiele mit bei von konami natürlich ist nicht schlecht wenn sowas hin und wieder mal mit bei ist so nochmal von der seite dann kommen wir zu einem wrestling spiel habe ich mal günstig bei ebay kleinzeigen gekauft super wrestlemania typisch 90er jahre mit macho man randy savage der million dollar man äh mir hier den tatanga nach hulk hogan natürlich und der warrior ebenfalls richtig geiles wrestling spiel ich weiß gar nicht was es gekostet hat ich glaube 10 euro war recht günstig so schaut das ganze aus ebenfalls noch bombenzustand macht auch verdammt viel spaß und dann kommen wir natürlich auch zu einem street fighter was es tatsächlich auch für den megadrive gegeben hat street fighter 2 special championship natürlich ist natürlich aber trotzdem für mich ein nintendo spiel wo es auf nintendo meistens besser gewesen ist der nintendo der war ja eigentlich von der grafik her schon immer ein bisschen besser als der megadrive hier haben wir eine richtig dicke fette beschreibung könnt ihr das sehen richtig dick ich weiß gar nicht wie viele sprachen da drin sind teilweise so dick dass es nicht mehr hier in diese diese häuterung reinpasst aber wie gesagt street fighter 2 auf dem sega megadrive natürlich habe ich es auch am super nintendo beziehungsweise ich habe ja nur nintendo mini der was damals herausgekommen ist aber so super nintendo besitze ich nicht möchte ja auch nicht mehr damit anfangen so dann kommen wir zu einem jams bond spiel mit einem richtig coolen soundtrack jams bond 07 der duel mit einem typischen daten den aktuellen jams bond von damals war hier abgebildet das spiel war auch recht günstig weiß gar nicht was ich dafür bezahlt habe aber es macht auch viel spaß ist auch ein super spiel da sind noch ein paar stellen dabei die sind auch brutal schwer aber das spiel schaut auch noch aus wie neu also auch die hülle könnt ihr sehen wirklich bombenzustand also wer auf action steht und jams bond feeling der ist hier gold richtig dann kommen wir zu einem spiel das habe ich mal gekauft weil es mich interessiert hat aber ich bin da irgendwie nicht so richtig durchgestiegen und zwar home alone kevin allein zu haus da gab es tatsächlich ein videospiel habe ich nie kapiert wie das spiel funktionieren soll da muss man eben von haus zu haus muss man da irgendwie gehen und die beiden einbrecher irgendwie harry und marv irgendwie zur strecke bringen keine ahnung habe ich nie so richtig kapiert ist scheinbar ein import spiel weil hier ist dann auch ein deutscher aufklärer mit drauf aber leider bin ich da nicht durchgestiegen soundtrack ist auch recht cool ist halt zur damaligen zeit so gewesen spiel müsste glaube ich schon gar von 91 sein ne von 92 schon gar als das herausgekommen ist so jetzt kommen wir zu einem spiel das auf jeden fall auch sehr kultig ist und mittlerweile im preis auch sehr stark angestiegen ist und zwar michael jacksons moonwalker gab es auch für den super nintendo ja das spiel ist ein bisschen kontrovers wenn man ehrlich ist wie michael jackson dann damals in diese belästigungen von kindern dann mit dem gericht also reingerutscht ist und zwar man muss hier in dem spiel und im level abschnitt kinder finden ja das ist ein bisschen ein heikles thema das tolle ist aber hier bei moonwalker wir haben hier die kulissen seiner gesamten musikvideos aus den 80ern wie smooth criminal beaded oder thriller und da sind diese level aufgebaut ja welcher popstar kann von sich behaupten ein eigenes videospiel bekommen zu haben das spiel macht verdammt viel spaß erstens der richtig ultra coole soundtrack ich glaube für das spiel habe ich schon gar ein bisschen mehr bezahlt ich glaube 40 euro damals ich habe es ersteichert es war natürlich nicht so billig ja gut die beschreibung hat hier ein paar eselsohren aber das macht nix trotzdem können wir die cartridge nochmal angucken schnell ebenfalls noch bombenzustand aber das spiel macht verdammt viel spaß ich muss mal schnell das handbuch kurz angucken mal durchblättern ja diverse sprachen natürlich aber das spiel ist verdammt cool muss ich echt sagen was es aktuell im preis kostet kann ich nicht sagen ich denke das wird garantiert wieder gestiegen sein so dann kommen wir natürlich zu einem actionspiel was auch nicht fehlen darf verdammt coole grafik und man müsste eins der letzten spiele gewesen sein von sega charged red semester stallone das videospiel dazu gab es glaube ich auch für den super nintendo ebenfalls ultra geile grafik muss man echt sagen macht auch verdammt viel spaß aber auch günstig mal bei ebay kleinanzeigen gekauft und ja ebenfalls ein richtig cooles spiel da haben sie dann schon an den hüllen ein bisschen gespaut da ist nicht mehr sega reingestanzt weil es eben die letzten waren normal müsste hier sega stehen haben sie aber dann nicht mehr gemacht das spiel ist von der firma acclaim so dann geht es weiter marvel lastig wird es jetzt der unglaubliche hulk von us gold gab es auch für den sega game gear habe ich glaube ich vorgestellt auch für den super nintendo ebenfalls ein richtig geiles spiel gefällt mir habe ich damals schon gar für den super nintendo gehabt da habe ich mir gedacht ne möchte ich gerne für den mega drive haben ebenfalls richtig geiles spiel auch mal irgendwo günstig bei ebay kleinanzeigen gekauft wie gesagt die spiele habe ich mir in den letzten jahren einfach mal so zusammen gekauft und angefangen halt zu sammeln dann haben wir schon gar ein rambo spiel rambo 3 gab es auch für den sega mega drive müsste exklusiv titel gewesen sein gab es glaube ich nicht für den super nintendo wenn nicht müsste man das ganze mal googeln wie gesagt zum gleichnamigen film natürlich ebenfalls richtig cooles spiel action spiel natürlich ist aber an manchen stellen ein bisschen schwer wie es halt damals so gewesen ist können wir nochmal schnell aufmachen schaut die cartridge aus damit ihr es mal gesehen habt so jetzt kommen wir zu ein paar spielen die sind auf jeden fall um einiges am preis glaube ich sind die hochgegangen und zwar wir haben hier einmal heute fahren wir am besten mal mit dem ersten teil an insgesamt gibt es ja drei teile wir haben hier streets of rage ich habe einen sega mega drive mini auch der vor einigen jahren Monaten mal herausgekommen ist oder vor zwei jahren da sind ja diese teile auch mit drauf im streets of rage jump and run kampfspiel macht auch verdammt viel spaß die ist glaube ich wenn mich nicht alles täuscht sogar ein sega exklusiv titel gab es glaube ich gar nicht für den super nintendo also zumindest diese reiche bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher und mir ein bisschen werbung natürlich wieder mit an bord dritten teil gibt es auch noch den habe ich aber da haben wir nicht gekauft weil mir der mittlerweile schon etwas zu teuer geworden ist mir den zweiten teil natürlich zustand geht in ordnung ist auch noch voll in ordnung der zustand so dann haben wir hier fatal fury da glaube ich gab es schon gar eine nintendo umsetzung und das geile ist wir haben hier schon gar noch den originalen mediamarkt aufkleber ich denke die spiele sind teils damals unverpackt in den regalen gestanden und könnt ihr sehen was dieses spiel mal gekostet hat 129 d mark ist ganz schön viel geld jedenfalls kampfspiel macht auch verdammt viel spaß und ich glaube da müsste ich sogar irgendwie noch bei irgendeinem spiel habe ich sogar noch irgendwie den kassenzettel mit drin wann der das gekauft hat ich weiß nicht ob es bei dem spiel war scheinbar war es dann doch bei einem anderen spiel also bei dem war es jetzt doch nicht aber egal so und jetzt kommen wir zu einem weiteren spiel ist aber leider ein sogenannte repro also es ist ein repack also ne eine reproduktion wir haben ja mortal comeback 2 unlimited habe ich mal vor einiger zeit mal bei ebay gekauft ich glaube 15 euro hat es 15 euro gekostet oder waren es 10 euro bin mir nicht mehr sicher ich habe schon mal in einem video gesagt dass ich für jedes system mindestens ein mortal comeback habe und ich habe schon gar hier zwei ich habe mortal comeback 1 und 2 und so schaut das ganze aus natürlich mit blutspritzen und so also mortal comeback gab es nicht nur für den super nintendo auch für den mega drive ja und wie gesagt das hier ist halt einfach dann ein repro die hülle ist natürlich auch ein repro wir können uns diese repro mal angucken ist halt eine günstige cartridge so schaut das ganze aus man hat halt hier versucht es 1 zu 1 zu kopieren steht auch 16 bit drauf das ding kannst du auch nicht zerlegen das ist einfach nur billiges plastik aber das spiel funktioniert ohne probleme wie gesagt es ist halt eine repro weil das originale ist mittlerweile unbezahlbar geworden und ja aber die hülle die ist richtig naja ist nicht gerade von der qualität her gut aber ich habe aktuell keine mega drive hülle auf lager oder übrig weil die dinger sind mittlerweile auch etwas rar geworden aber wie gesagt hauptsache in der sammlung model comeback 2 unlimited dann kommen wir zu einem sportspiel ich glaube da habe ich nur eins müsste ich jetzt lügen wir haben ja NBA Jam das erste da gab es ja noch mehrere Fortsetzungen hier natürlich lizenziertes NBA Spiel mit diesem Gütesiegel Aufkleber haben wir günstig mal bei ebay Kleinanzeigen gekauft ich glaube 8 Euro hat das Ding gekostet macht auch verdammt viel Spaß ich habe auch ein paar Sportspiele in der Sammlung so dann geht es weiter mit nochmal einem Wrestling Spiel das ist das gleiche nochmal das war damals in einem Bundle mit bei ich habe es halt jetzt behalten ich habe es jetzt nicht verkauft ich habe es halt jetzt doppelt könnt ihr hier sehen genau ich habe es doppelt ich wollte es jetzt nicht unbedingt verkaufen vielleicht werde ich es mal verkaufen mal gucken brauchen wir nicht näher darauf eingehen also insgesamt sind es dann doch 46 Spiele weil das hier ist halt dann doch doppelt so dann kommen wir eben was zu einem sehr skurrilen Spiel und zwar Jimmy Erdwurm oder Earthworm Jimmy der Earthworm gab es natürlich auch für die Playstation und auch für den Super Nintendo ich habe es jetzt hier für den Sega Mega Drive ist schon gar auf dem Sega Mega Drive Mini schon gar mit drauf das müsste eines der letzten Spiele gewesen sein die ich mir vor einigen Monaten gekauft habe ich habe es noch nicht gespielt noch nicht getestet aber ich weiß es funktioniert definitiv müsste auch einer der letzten Titel gewesen sein bevor Sega dann die Spiele also nicht die Entwicklung ja Spieleentwicklung auch und die Herstellung eingestellt hat gibt es noch einen zweiten Teil den habe ich jetzt nicht aber den zweiten Teil habe ich zumindest für den Sega Saturn Sega Saturn Spiele habe ich natürlich auch also da werde ich demnächst auch mal den Sega Saturn noch vorstellen den habe ich glaube ich noch nicht vorgestellt so dann kommen wir wieder zu einem Sportspiel und zwar haben wir Viva 96 hier mit einer etwas skurrilenen Cartridge das war auch in einem Spielepaket mit bei ich habe es natürlich behalten und zwar das ist eine sehr komische Cartridge der Grund war nämlich sie brauchte mehr Platz so schaut die aus eine sehr eigenartige Cartridge fragt mich aber bitte nicht für was das jetzt genau ist aber wahrscheinlich wegen der Grafik und alles dass man hier eine etwas größere Cartridge bauen musste aber keine Ahnung für was das hier sein soll gut möchte ich jetzt keine Experimente damit wagen haben sie ja extra die Hülle schon gar so angefertigt gab es mehrere so Mega Drive Spiele die dann diese diese komische Form gehabt haben so war das Ganze drin getestet habe ich es ehrlich gesagt noch nicht ich habe es noch nicht gespielt kann ich nicht sagen aber funktionieren wird es hoffentlich so dann kommen wir zu einer Spiele-Sammlung die habe ich jetzt hier in eine Mega Drive Hülle reingetan und zwar wir haben hier die Mortal Kombat Trilogie da sind praktisch mehrere Spiele auf einer Cartridge drauf haben wir hier Mortal Kombat 1 bis 3 haben wir hier auf einer Cartridge drauf ehrlich gesagt ich habe sie auch noch nicht getestet aber sieht halt von der Verarbeitung her total billig aus wie gesagt aber sie wird ihren Zweck erfüllen das musste ich schon gar ein bisschen kleben weil diese Aufkleber nicht besonders haltbar sind aber wie gesagt hat glaube ich auch mal so 10 Euro gekostet habe ich irgendwie aus Japan importiert ist aber abspielbar auf dem Sega Mega Drive obwohl hier Genesis draufsteht bevor die Konsolen dann doch irgendwann mal regionfrei geworden sind so dann kommen wir zu dem Spiel Stargate habe ich auch mal vor einiger Zeit mal gekauft habe es noch nicht getestet ich habe es auch für ein Game Gear das gleichnamige Spiel zum Film natürlich von Roland Emmerich so Video geht jetzt schon knapp 19 Minuten oder beziehungsweise eher 20 Minuten ich denke eine halbe Stunde werden wir schon schaffen so jetzt kommen wir aber zu einem weiteren Wrestling Spiel das ich nicht doppelt habe hier haben wir Royal Rumble hiermit natürlich diversen Wrestling Stars Razor Ramon Macho Man jetzt hätte ich beinahe gesagt Major Man nein Macho Man Hulk Hogan Lex Luger und natürlich der Undertaker ja ebenfalls geiles Wrestling Spiel und hier nochmal die ganzen Stars der 90er Shawn Michaels natürlich Bretter Hitman Hart und wie man es halt so kennt richtig klasse dann haben wir hier Rage Criminal Rage wo man praktisch auch so ein Kampfspiel Kreaturen gegen Kreaturen natürlich sowas wie Street Fighter nur hier mit Dinosauriern und noch diversen anderen skurrilen Gestalten gab es für diverse Systeme auch für den Sieger Saturn wenn mich nicht alles täuscht also ebenfalls für mehrere Systeme ich habe es halt jetzt für den Sega Mega Drive kann man auch noch mal kurz aufmachen ja auch wieder eine dicke fette Beschreibung mit bei die sind teilweise so dick dass die da nicht mal in diese Halterung reingehen bieten sie weil sie in der Halterung halten jetzt hält es dann haben wir hier ebenfalls so Indiana Jones Lara Croft mäßig Pitfall The Mayan Adventure ebenfalls gab es das für mehrere Systeme gab es auch für den Sega Dreamcast da gab es dann irgendwie eine Fortsetzung ebenfalls so Jump and Run Springen Hüpfen Schießen habe ich ehrlich gesagt noch nicht getestet habe ich auch mal vor einigen Monaten mal gekauft oder ja war es vor einigen Monaten ich glaube es war noch vor Corona Zeit war es noch so jetzt wird es actionlastig ebenfalls ein sehr seltenes Spiel mittlerweile geworden gibt es aber auch für den Nintendo und zwar Robocop vs. Terminator habe ich damals mal aus Italien gekauft war auch nicht gerade billig ich glaube da habe ich auch locker 40 Euro dafür bezahlt ist mittlerweile auch schon ein sehr rarer Spiel geworden in dem Spiel sieht man schon gar ein bisschen Blut also das heißt wenn Robocop die Gangster zusammenschießt sieht man tatsächlich ein paar Blutkleckse macht aber auch verdammt viel Spaß Terminator glaube ich kommt in fast jedem Levelabschnitt dann irgendwie als Boss oder es sind zumindest Terminator T800 mit bei ich habe es damals schon gar für den Super Nintendo gehabt im Super Nintendo war es natürlich auch nicht schlecht so jetzt kommen wir zu einem weiteren Spiel das gab es glaube ich nur für den Mega Drive ich glaube nicht dass es da für den Super Nintendo was gegeben hat der erste Terminator auch für den Sega Mega Drive für viele war es nicht unbedingt ein beliebtes Spiel den meisten hat es nicht so gefallen aber ich habe es kurz angespielt kann man auf jeden Fall machen macht Spaß und wenn man natürlich Terminator 1 hat darf auch Terminator 2 nicht fehlen von Flying Age dem Studio gab es auch für den Super Nintendo habe ich damals auch gehabt bloß ich bin da nie über das erste Level hinausgekommen denn da muss man nämlich jemanden vom Motorrad runterziehen um das erste Level überhaupt verlassen zu können und das ist hier die Spielung geht das ist heute sozusagen der erste Abschnitt wo man natürlich dann ankommt gibt es irgendeine Tastenkombination die man drücken muss ich habe mir mal ein paar Let's Plays auf YouTube angeguckt ja und dann hat es dann doch irgendwie geklappt dass man den Typen vom Motorrad runterziehen kann und dann mal endlich wegfahren kann habe ich am Super Nintendo leider nie hinbekommen aber egal also Terminator 1 und 2 für den Sega Mega Drive so dann haben wir die erste Reihe mal fertig und dann würde ich sagen fangen wir mal mit der zweiten Reihe an es sind nicht mehr so viele Spiele wie gesagt das Video wird ein bisschen länger werden also deswegen ein bisschen Geduld mitbringen fangen wir an mit den Crash Dummies den unglaublichen Crash Dummies gab es natürlich auch für diverse Systeme Spielzeug gab es auch dafür habe ich ebenfalls gehabt hat richtig viel Spaß gemacht aber je öfter man die Spielsachen crashen hat lassen sind sie halt mit der Zeit dann tatsächlich nicht mehr funktionsfähig gewesen aber war trotzdem kultiges Spielzeug und hier das passende Videospiel mit dazu habe ich auch mal günstig bei einem Retro Shop gekauft ja ich weiß gar nicht was gekostet hat 8, 9 Euro bin ich mir jetzt nicht 100% sicher so und es gab auch ein Interna Jones Spiel und zwar Letzte Kreuzzug das Videospiel eben war es macht Spaß mit dem Archäologen gab es natürlich dann auch später glaube ich irgendwann für andere Systeme auch mal ein Interna Jones Spiel ich glaube N64 gab es da mal eins für den Super Nintendo glaube ich auch es müsste sogar das hier sein dass sie es halt hier nur für den Super Nintendo für den Mega Drive umgesetzt haben eben war es Bombenzustand habe ich auch mal bei irgendwo bei Ebay Kleinanzeigen günstig gekauft dann haben wir natürlich noch ein Spiel zu einer absoluten kultigen Zeichentrickserie Captain Planet die Planetenretter ja das Spiel ist ein bisschen skurril es ist sehr sehr schwer ich habe es nur kurz mal angespielt hat mir persönlich jetzt nicht so gefallen ja aber ich habe es damals einfach mal mitgenommen weil es günstig war Zustand ist auch noch richtig top war schon gar ein Videothek Spiel weil wir hier diesen deutschen Videoring Aufkleber drauf haben das ist das was mich immer so gestört hat dass die da immer ihre Gütesiegel raufgeknallt haben das hat die Spiele dann teilweise unbrauchbar gemacht die hätte man genauso gut dann wegwerfen können aber gut verkauft haben sie es ja dann doch irgendwann einmal so jetzt wird es wieder comiclastig und zwar wir kommen hier zu Batman hier schon gar nochmal mit einem Preisschild hier 99 D-Mark hat es damals gekostet ich habe jetzt nicht was das für ein Händler war das erste Batman Spiel gab es glaube ich auch für den Super Nintendo zumindest oder was für ein Gameboy ich glaube nur für ein Gameboy für Super Nintendo gab es glaube ich das erste Batman Spiel zur ersten Verfilmung gar nicht habe ich auch mal bei ich glaube auch bei Ebay ersteigert oder sofort gekauft bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so sicher macht aber auch verdammt viel Spaß noch dazu wenn man Batman Fan ist und natürlich Batmans Rückkehr darf auch nicht fehlen das war eins meiner ersten Mega Drive Spiele die ich da mir gekauft habe da ist aber die Super Nintendo Umsetzung besser weil die Grafik besser ist und es gab aber dann auch die Umsetzung vom Sega Mega Drive von der Mega Drive Mega CD da hat man tatsächlich dann von der Grafik her das vom Super Nintendo dann gehabt aber hier ist die Grafik gänzlich anders das ist halt diese typische 2D Ansicht die Hülle hat schon auch bessere Tage gesehen sie leicht eingebrochen muss man einfach mal so lassen und wenn wir schon bei Batman sind haben wir hier Batman Forever also die ersten 3 Batman Spiele habe ich jetzt in meiner Sammlung da ist die Grafik sehr gut da haben sie sogar bei Mortal Kombat haben sie da die Schauspieler so eingefilmt so abgefilmt dass es dann ein bisschen realistischer ist sie verdammt gut umgesetzt gab es auch für den Gameboy und für den Super Nintendo ich habe es jetzt für den Mega Drive ist ja auch einer der letzten Spiele gewesen sein die da produziert worden sind so schaut das ganze aus natürlich gibt es diverse Let's Plays auf YouTube wo man sich die Spiele mal angucken kann wenn man sich nicht sicher ist ob sie gut sind so dann wird es auch wieder etwas filmlastig True Lies Videospiel Mega Drive Arnold Schwarzenegger eben war es cooles Spiel cooler Soundtrack ja macht auf jeden Fall auch Spaß gab es natürlich auch für diverse Systeme Super Nintendo Gameboy und 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 da brauche ich jetzt die Cartridge nicht zeigen so jetzt wird es natürlich richtig richtig kultig weil jetzt gibt es nämlich das Maskottchen von Sega wir haben hier Sonic der Hedgehog den ersten Teil natürlich darf natürlich nicht fehlen in der Sammlung dann natürlich den zweiten Teil und zu guter Letzt den dritten Teil von Sonic den haben wir hier ebenfalls mit bei nächstes Jahr kommt ja der zweite Sonic Film in die Kinos und ich denke der wird definitiv grenzgenial wird der werden da ist dann auch sein Kumpel der Fuchs mit bei da freue ich mich riesig drauf so dann geht es weiter jetzt haben wir die letzten Spiele ich kann nicht mehr ist ein bisschen hart aber gut wir haben es gleich geschafft Comic lastig wieder Spider-Man ein Videospiel für den Wandkrabbler macht auch verdammt viel Spaß diverse Bösewichte haben wir dabei Kingpin Dr. Oktopus und und dann wieder filmlastig ich glaube das einzige Videospiel was sie da überhaupt für den Megadrive herausgebracht haben gab es nur für den Megadrive Zurück in die Zukunft 3 das Videospiel ein sehr skurriles Spiel katastrophal da ist das erste Level schon richtig scheiße wo du dann wirklich über die Hindernisse springen musst und da musst du zum richtigen Zeitpunkt abwarten ja eigenartiges Spiel wenn ich ehrlich bin hab es dann direkt wieder in die Ecke geworfen also im wahrsten Sinne des Wortes aber ist alles gut ist nicht mein Fall da haben schon viele geflucht aber ich hab es halt trotzdem gerne in der Sammlung weil es eben zurück in die Zukunft ist dann wieder filmlastig Alien 3 hier für den Megadrive ja hier das Cover Motiv ist ein bisschen feucht scheinbar geworden als ich es damals gebraucht gekauft habe ist ebenfalls ein cooles Spiel zum gleichnamigen Film gab es aber auch für den Super Nintendo ja definitiv war auch gar nicht so teuer ich weiß gar nicht was habe ich dafür bezahlt im Versand ich habe es aus England übrigens gekauft bin mir jetzt den Preis nicht mehr sicher ich glaube 15 Euro ja ist egal so und jetzt kommen wir auch wieder zu einem Film gleichnamige Videospiel dazu Cliffhanger gab es damals ein Videospiel tatsächlich aber nur für den Megadrive ist auch ein bisschen schwer ebenfalls man muss sehr viel springen um die richtige Position zu finden um da über das Hindernis zu kommen ja ist auch nicht gerade einfach aber gut habe ich einfach damals mal mitgenommen war auch gar nicht so teuer aber hier schon gar nochmal hat sich da jemand verewigt war scheinbar auch wirklich mal aus der Videothek verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht warum man das so verschanteln muss aber gut ich habe es drauf gelassen nicht dass ich da irgendwie was kaputt mache so ein bisschen Disney-lastig wird es wie der König der Löwen gab es natürlich auch für diverse Systeme hier für den Megadrive leider ist hier das Cover ein bisschen lidiert ich habe es ein bisschen gerichtet weil hier nämlich diese Häuterung scheinbar hat da jemand ein bisschen gepopelt hier kann man es erkennen nervt mich total weil hier solche Öffnungen sind in dieser Hülle Spiel macht auch verdammt viel Spaß die Levelabschnitte sind wie beim Film natürlich muss man da auch ein bisschen aufpassen weil da ebenfalls richtige Momente abgewartet werden müssen um über das Hindernis zu kommen und natürlich auch ein Spiel was für mir in der Sammlung nicht fehlen darf Power Rangers der Film natürlich damals im Kino gesehen mein erster Kinofilm war das damals die Power Rangers haben dann ihren ersten Kinofilm bekommen hier das Videospiel wo ich sagen muss die Super Nintendo Variante ist besser auch von der Grafik her aber hier für Mega Drive ist es halt dann komplett ein bisschen anders ich habe es damals sogar für den Super Nintendo gehabt gab es übrigens noch ein Power Rangers Spiel das ist dann mehr so eine Art Street Fighter gewesen wo man dann wirklich tatsächlich Swords gegen diese Monster kämpft von Rita Repulsa und von Lord Z natürlich aber natürlich aber auch diese Kämpfe jetzt kommen wir zu einem Spiel das habe ich damals auch für den Super Nintendo gehabt und zwar sehr skurril Beavers Embodded das Spiel war nicht gerade billig ich glaube habe ich auch so 40 Euro bezahlt billig war es ehrlich gesagt nicht und bei dem Spiel ist Gott sei Dank das Handbuch mit bei und gibt natürlich auch ein paar Passwörter dazu die ich mir aufgeschrieben habe weil die Levels mit Passwörtern ausgestattet sind oder beziehungsweise der Zettel war da schon mit bei beziehungsweise ne hier ist ein Passwort sagt glaube ich noch der Besitzer hat das gemacht Beavers und Barthead sehr skurriles Spiel habe ich aber damals auch für Super Nintendo gehabt aber ich glaube das hier müsste sich ein bisschen vom Super Nintendo her unterscheiden bin ich mir aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht so sicher dann kommen wir zu einem Kampfspiel gab es aber auch für den Super Nintendo Dragon Die Bruce Lee Story das Spiel ist aber nur zu empfehlen mit dem 6 Button Controller gab es damals vom Sega auch einen 6 Button Controller den habe ich euch ja in dem Video gezeigt Sega Mega Drive 1 und 2 Kampfspiel hier das sind praktisch die Level Passagen wo er kämpft die sind dann hier zu sehen aber ist teilweise auch brutal schwer wenn man den 6 Button Controller nicht hat aber ansonsten wenn man den dann hat funktioniert es eigentlich recht gut so jetzt kommen wir zu den letzten drei Spielen natürlich Mortal Comeback darf nicht fehlen das erste Mortal Comeback hier glaube ich schon gar ohne Blutspritzer das Mortal Comeback 2 habe ich euch schon gezeigt ich habe gesagt ich habe mindestens für jedes System ein Mortal Comeback so jetzt wird es Disney lastig und da muss ich sagen das Spiel mal verdammt viel Spaß Toy Story für den Super Nintendo gibt es das natürlich auch die Grafik ist fast ein bisschen identisch ich glaube aber die Nintendo Version ist natürlich sowieso ein bisschen besser aber es ist komplett identisch zum Mega Drive gab es auch für den PC damals erstmals bin ich ziemlich weit gekommen da sind auch ein paar richtig schöne Levels dabei ist ein Level dabei wo man zum Beispiel ich glaube verloren gegangene Bälle wieder irgendwo in die Spielkiste rein transportieren muss um dieses Level dann zu schaffen da läuft natürlich dann auch eine Zeit mit aber das Spiel macht verdammt viel Spaß und der Film war damals ja einfach revolutionär der erste Pixar Film Toy Story natürlich und da habe ich schon gar noch ein paar Passwörter aufgeschrieben genau Level 1 da mit einer Nummer passieren Level 2 habe ich dann ehrlich gesagt ich glaube habe ich dann abgebrochen aber ich habe hier dann das Passwort aufgeschrieben kann man aber garantiert googlen dass man die Passwörter dann garantiert auf einer Liste findet so jetzt kommen wir zum letzten Disney Spiel Pinocchio ja gab es damals tatsächlich ein Spiel dazu zum Film ich weiß gar nicht ob es es auch für den Super Nintendo gegeben hat es sind einige Spiele aber auch für den Megadrive nur herausgekommen aber da ist leider ein sehr dummes Level dabei was ich nicht ganz kapiert habe und zwar wo er dann auf der Bühne steht bei Herr Zamparoni da musst du dann eine richtige Tastkombination drücken damit er dann die richtigen Bewegungen macht zu der Musik musst du dann irgendwie tanzen aber die Musik die haben sie eins zu eins dann zum Film übernommen natürlich ein bisschen abgeändert aber ja habe ich auch mal günstig bei ebay Kleinanzeigen gekauft Spiel ist aber mittlerweile im Preis schon ein bisschen angestiegen ist schon ein bisschen zu einer Rarität geworden so Leute jetzt bin ich fertig das waren jetzt mal alle 46 Sega Drive Spiele ich lasse es jetzt hier so aufgebaut ich muss jetzt nicht noch ein paar Spiele in die Kamera halten aber gut machen wir es trotzdem damit ihr ein bisschen was zu sehen habt ich habe jetzt das hier bewusst gewählt weil es eines meiner Lieblings Spiele ist weil ich Michael Jackson Fan bin ja ich hoffe da ist auch was für euch dabei ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben welche Spiele ihr gehabt habt welche ihr schon in der Sammlung habt ich denke das Video dürfte für den einen oder anderen sehr interessant werden noch dazu wenn es Sega Megadrive Spiele sind gibt natürlich Leute die haben wesentlich mehr wie ich aber 46 Spiele ist schon eigentlich eine ordentlich Sammlung die ich mir da in den letzten Jahren aufgebaut habe so Video ist jetzt ziemlich lange geworden ich glaube jetzt sind wir bei knapp 38 minuten und 25 nicht dass hier mein iPhone dann heiß läuft aber egal ihr habt es gesehen es sind ein paar tolle Spiele dabei und natürlich auch Spiele die auch für den Super Nintendo umgesetzt worden sind und sogar besser sind also die vom Super Nintendo natürlich weil Super Nintendo war in Sachen Grafik dem Mega Drive immer im Weiten überlegen aber gut das muss jeder selber entscheiden aber normalerweise ist es immer so gewesen gut ich hoffe das Video hat euch gefallen ich würde mich über ein Abo freuen über einen Daumen hoch euch tut es ja nicht weh mir tut es gut und wir sehen und hören uns dann zum nächsten Video Ciao